servus meine freunde ja heute ist auch erst mal auf eine große fahrtour sind wir heute heute nehmen wir den saale rad weg von hof über schwassenbach über weissendorf zählt im zwischen bis hoch zur saalewelle und von da aus lassen wir noch alle optionen auf wie es dann weiter geht ja jetzt zurzeit bin ich in schwassenbach bei acht grad es ist zurzeit sehr kalt doch bei uns ja und es geht weiter ich kam eben von hof ich habe mir darf man heute mal hier an den schwassenbach zu finden weil die anderen abstehende könnt ihr kennt ja schon ja jetzt immer noch einkaufen und dann schauen wir mal was wir erleben heute so das ist die saale müssen weiterhin auf dem saalrad weg jetzt verlassen wir schwassenbach ich habe jetzt brotzeit eingekauft beim editor und jetzt fahren mal recht schon weissendorf wunderschön so wir haben jetzt nach zell gut 15 kilometer jetzt hat man auch seine ruhe es ist noch keine hauptreisezeit bei uns auf das jahr war viel los auf dem saalerad weg aber ich glaube man diesmal auch nicht so viel wie die übernacht und möglichkeiten so sagen wir so viel ist errascht geht jetzt weiter Richtung weissendorf das ist es wieder windig so ist die zweiterische weissendorf so jetzt sind wir wieder auf dem saalrad weg das ist ja nicht so besonders wie hier es ist sehr mühsam hochzukommen aber ab so ein fahrrad mit so einem profil ist es machbar bis zum mountainbide rennräder ist es etwas schwieriger da rutscht man nach und dann macht man das fahrrad kaputt so ist die zweiterische weissendorf so jetzt sind wir weissendorf und das ist das fischstuhlgebiet der waldsteingebiet und das ist unser ziel jetzt dann so müssen wir dann auf dem saalrad weg weissendorf haben wir schon ins verlassen sparen auch jetzt noch fast im ziel im fischstuhlgebiet und natürlich bergauf noch zu der zarte wieder ja das haben wir noch gut vier fünftel mehr von uns dann haben wir es gepackt so jetzt sind wir auf dem bahnkasse ehemaligen rechtem zell jetzt sind wir gleich da und dann geht es recht hoch saalewelle ein toller abschnitt hier ist gut voran die kleine so dann fahren wir erst dann weiter so jetzt haben wir das ende vom saalrad weg erreicht jetzt geht es nur noch durch das selten fischstuhlbiet dann hoch auf die saalwelle und das ist der anfang des ende bei uns so dann schauen wir uns die bär an ja das ist ein waldsteingebiet der letzte bär wurde ja 830 seht er hier gefangen auf dem waldstein gibt es ja noch die bärenfalle so und dann geht es dann weiter machen wir eine stunde pause auf der saale und dann geht es dann Richtung Weißedorf wieder dann Föttmannspeiser Schwasserbachhof und wir haben heute Zeit ein schönes Wetter ist es auch da kann man mal eine schöne Runde heiße machen heute so jetzt geht es weiter so wir haben das Ziel erreicht das Ende oder der Anfang von der saalwelle im Waldsteingebiet im Fischstuhlgebiet wenn man will kann man von hier aus zu der Eta von Eta nach Bischofsgrün oder hoch zum Waldstein nach Weißestadt ist dann schon ein tolles Wandergebiet hier so jetzt machen wir erstmal eine Pause wir sind ja komplett durchgefahren doch machen wir auch die Rast an und dann geht es weiter so jetzt machen wir mal Brotzeit Kumpfischsalat ein bisschen Patrika vollkommen brüche dann lassen wir uns mal geschmecken hier habe ich ein schönes Küssel und einen schönen Ausblick beim Essen so Brotzeit haben wir gemacht so jetzt legt sie nach Hof so jetzt geht es weiter so jetzt geht es weiter so jetzt geht es weiter Das ist ein tolles Wanderdebiet. Wir haben gut vier Stunden gebraucht und dann ist es gut, jetzt geht es jetzt schon durch Zell und dann schauen wir mal wie weit wir kommen. Jetzt haben wir schon die Saale verlassen. Vor uns ist der Waldstein, die Athen von Bayerische Rundfaden. Ein tolles Wanderdebiet, das muss ich immer wieder sagen. So, jetzt geht es da nun so. Rich & Selt, Münchberg, Weismannsdorf, Förderspeicher, Schwasserbach, Saale, Hof dann wieder. Da haben wir gute Kilometer gemacht heute. Auf geht's, der Heimweg, Teil 2. Da sind wir in Zell und Fischgemüter, eine ganz kleine Gemeinde bei uns im Landkreishof. Das ist die Kirche, das ist das Rothaus, das ist das Glashaus im Rote Ross. Und da oben ist noch das Glashaus im Waldstein mit Übernachtungsmittelstreit. Ja, so, wir müssen Richtung Münchberg, muss man weiß. So, auf geht's. So, das ist das kleine Lohnnis und da ist das Baumuseum, das oberfrändische. Leider ist das Schloss wie Pufi 19, aber es ist total klasse. So, so Waldstein sind jetzt von hier aus 11,5, 7,3. und da oben ist es in Zell. Fischlbiertel, Brotzeitstübchen, ist schon toll hier. So, das Wetter passt heute. So, wir müssen geradeaus. So, weiter geht's. Vor uns noch das Fischlbiertel, das Waldsteingebiet. Vor uns noch das Zell im Fischlbiertel. Wunderschönes Kamerad. So, dann geht's weiter nach Weisedorf wieder. Wir haben heute einen schönen Rundfahrradweg. Und dann geht's von hier weiter nach Weisedorf. War eine tolle Fahrradtour bis jetzt. Wetter passt, super. So, jetzt geht's weiter nach Weisedorf. Auf geht's. So, jetzt sind wir wieder in Weisedorf. Auf dem Sarutweg von der Saaleville. Ja, jetzt geht's weiter nach Förderspeicher. Und dann nach Schwassenbach. Und dann geht's wieder zurück auf dem Sareradweg nach Hof. Wir haben jetzt das Sarerad verlassen. Wir fahren jetzt ein paar Schleichwege. Mal was anderes. So, jetzt sind wir in Weisedorf. Neben mir. Jetzt seht ihr einen Teil vom Rathaus. Hier ist auch viel Verkehr immer im Weisedorf. Aber ist ja normal. Die Münchbärgler. So, jetzt geht's weiter. Auf geht's nach Schwassenbach. So, jetzt sind wir am Förderspeicher. Gut die Hälfte von der Fahrradtour haben wir jetzt hinter uns gebracht. Eine sehr schöne Tanzschwache bei uns. Jetzt geht's nur noch nach Schwassenbach. Da schauen wir mal, wenn wir einen Kaffee kriegen. Und dann sind wir fast zu Hause. So, jetzt verlassen wir die Tanzschwache. Und jetzt geht's richtig um Schwassenbach. Aber ist schön hier im Sommer. Zum Schwimmen. Ich hoffe nur, wenn die nächste kleine Sonntes in Ehre hält, alles nach uns. Weil es nicht wirklich schön ist. So, auf geht's nach Schwassenbach. Und dann geht's nach Schwassenbach, alles nach Schwassenbach. Die mir gesagt ist, wir sindived im Sommerzimmer. So, jetzt machen wir ein paar Aussagen. Und dann immer passt, dass wir die Zerwelle auswärten. Und dann müssen wir die Zerwelle auswärten. Und dann sehen wir uns das. Und dann sind die Zerwelle auswärten. Und dann bin ich mein, was. Und dann wäre das Zerwelle auswärten. Also, wir wissen das Zerwelle auswärten. Und ich bin noch nicht auf jeden Fall. Die Zerwelle auswärten, Es habe das ja auch immer das Zerwelle auswärten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020